Oh nein! Schlecht! Was ist hier passiert? Oh mein Gott! Hallo, hallo, hallo und willkommen in Tingle Salon! Ich bin Dream Chase. Haben Sie einen Termin? Okay, ja. Und Ihres Namens, bitte? Okay. Ah ja, ich habe Sie hier. Okay. Wie geht's? Okay, gut, gut. Ja, ich bin auch gut heute. Okay, Moment. Okay, Sie sind für einen Termin mit Haaren und Nagellack gebucht, ja. Okay, ja, okay, gut. Oh, Sie gehen zu einer Party? Schön. Was für eine Party ist das? Hochzeit-Variant? Oh, schon. Okay. Okay, Haaren und Nagellack. Was sollen wir zuerst tun? Was denken Sie? Deine Nagellack, okay. Schön, okay. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, okay. Und welche Farbe willst du für deinen Nagellack? Okay. Okay, ja. Lass mir deine Nagel sehen, bitte. Okay. Und, ähm, machen Sie es ein bisschen kürzer. Ja, wir können das machen, ja. Okay, ja, ich habe, ähm, wo sind Sie? Okay. Ich habe diese, ähm, Nagelklippen. Und, ähm, Nagelfeile. Ja, es ist auf Glas. Ja, sehr professional. Okay. So, wie kurz sind Sie? Also, mag den Sieger ist Nagel. Okay, nur ein bisschen. Okay, Moment. Ähm, ja, total, total. Okay. Deine richtige Hand, bitte. Okay. Deine kleine Finger. Schnipp, 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 schnipp. Ähm, nächstes Finger. Schnipp, schnipp, schnipp. Deine mittelfinger, bitte. Schnipp, schnipp, schnipp. Deine erstes Finger. Schnipp, schnipp, schnipp. Und, äh, deine Daumen, bitte. Schnipp, 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 schnipp. Okay, deine linke Hand. Okay, Daumen. Schnipp, schnipp, schnipp. Ähm, nächstes Finger. Schnipp, schnipp, schnipp. Ähm, mittelfinger. Schnipp, schnipp, schnipp. Ähm, ringfinger. Schnipp, schnipp, schnipp. Und dein pinky Finger. Schnipp, schnipp, schnipp. Okay, schön. Äh, jetzt benutze ich, äh, die Nägelfehler. Ja, ja, okay. Schnipp, 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 schnipp. Okay, nächstes Finger, bitte. Okay, nächster Finger. Uh, erster Finger. Oh, deine Daumen, bitte. Danke. Okay. Andra. Andra. Is this finger better? Okay. Deine middle finger. Ring finger. Ring finger. Ring finger. Ring finger. Ring finger. Okay. Was denken Sie? Sind deine Nagel jetzt? Okay. Ja. Okay. Schon, 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 schon. Okay. Welcher Farbe hat deine Partykleidung? Okay. Okay. Ja. Und welche Farbe willst du deine Nagelack haben? Okay. Ja. Wir haben orange. Orange. Ja. Sehr schön. Ich benutze diese Farbe von der Nagelack heute. Ja. Okay. 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 Wir haben, ähm, ich denke es heißt, hello orange. Ja. Es ist neon. Ja. Okay. 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 Was denken Sie? Okay. Und wir haben auch, ähm, leicht orange. Ja. Ein bisschen leichter, ähm, wie eine rosa Farbe. Ein bisschen. Aber es ist orange. Wie finden Sie, wie finden Sie das? Was? Sie wollen eine andere Farbe, nicht orange. Aber orange ist mein Lieblingsfarbe und natürlich die beste Farbe im Welt. Okay. Ja. Nein. Das ist okay. Ähm, Moment. Ich muss, äh, die andere Farben Nagelack finden. Keine Ahnung, wo sie sind. Ah, okay. Ich habe hier, äh, blau. Grün-blau. Ja. Ja. Ein bisschen langweilig, aber, hm. Ja. Grün-blau. Ein bisschen ähnlich wie das. Mir. Ja. Wasser. Wasser-blau. Okay. Okay. Ich habe hier, brünn. Ja. Auch ein bisschen langweilig. In meiner Meinung. Nein. Okay. Ähm, ich habe hier, äh, pink. Pink. Oder, ähm, rosa. Ja, es heißt roseb. Rosa. Ja, das ist, ähm, Barry M. Nein. Okay. Ähm, was haben wir hier verbend? Dieses Farbe. Es ist nicht schwarz, aber sehr dunkelrot. Ja. 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 Du magst, sie mag, sie mag das. Ja, ich, äh, probiere sie, sagen nicht du. Weil ich bin höflich. Okay, du mag, äh, sie mag das. Okay, cool. Äh, wir haben auch dieses, äh, blau. Nein. Okay. Ähm, oh, lila. Mogen sie lila. Farben. Wo sind sie? Hier. Dieses lila. Farbe. Lila. Ja. Ja, das ist nett. Okay. Und, ähm, oh, ich finde dieses blau besser. Besser blau. Es ist wie ein grau blau. Grau blau. Nein, das ist nicht für sie. Okay. Ähm, oh, das letzte Farbe ist grün. Mogen sie das? Nein. Okay. So, dein Lieblingsfarbe war diese lila und diese roten, dunkelroten. Was denken sie? Beide? Ja, ich kann, ähm, halb lila und halb, ähm, dunkelroten. Deine Nagels machen. Ja. Okay, ja. Cool, cool, cool. Okay. Wir machen das jetzt. Diese, ähm, Taschenmarken. Guter. Alle, ähm, die Nagellack sind im. Hier. Okay. Okay. So, du, äh, sie wollen deine richtige Hand lila und, nein, deine linkes Hand lila. Und seine, ihres richtiges Hand rotes, schwarz. Okay, ja. Okay, deine Hand bitte. Okay. Okay, ja. Okay, deine Hand bitte. Lass wir anfangen. Deine kleine Finger bitte. Okay. Okay. Deine, äh, Iris. Ringfinger bitte. Okay, Mittelfinger bitte. Ja, ist das okay? Ja, es sieht sehr nett aus. Ja, okay, äh, erste Finger bitte. Oh, tut mir leid. Nein, das ist okay. Und, äh, Iris Daumens bitte. Okay. Und dann, ähm, andere Hand benutzen wir dieses, ja, okay, okay, okay. Iris, ähm, Diamonds bitte. Ja. Oh, sehr schön. Okay. Okay, ähm, erste Finger bitte. Okay, Mittelfinger bitte. Okay, Ringfinger bitte. Und, kleines Finger. Ja, okay, oh, es riecht ein bisschen schlecht. Ja, ich geh zu meinem Kopf. Okay, okay, okay. Okay, was denken Sie von Ihrem Nakelack? Gut, gut, gut. Okay, jetzt, ähm, machen wir deine Haare. Und, äh, und Sie haben, ähm, für ein Haareschniedern und Glattern gepuckt. Ja, ist das richtig? Okay, schon. Okay. Äh, deine Haare, äh, Iris Haare sieht schon sehr schön aus. Aber, ähm, erst bürsten wir deine Haare. Ja. Ja, ich liebe sein, äh, Iris Haare. Ja. Sehr schön. Okay. Ja, manche Leute finden, ähm, es entspannend. Ja. Okay. Ja. Oh, schön. Ja. Okay. Ja. Okay. Und jetzt, mit meiner kleinen Shera. Ja. Ja. Okay. Ähm, wirst du ein, ähm, Fringe haben? Ich kenne nicht die deutsche Worde. Aber auf Englisch. Fringe. Aber in Amerika. Bangs. Wirst du Bangs? Wollen Sie Bangs haben? Wollen Sie Bangs haben? Ja. Okay. Okay. Schnipp. schnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnippschnipps Dann, ähm, split ends. Ja. Sie muss gehen. Okay. Nur ein, äh, trim. Okay. Ja. Oh, sehr schön. Ja. Mit wo gehen Sie, äh, zur Party? Oh, ja. Oh, sehr gut. Hochzeitparty. Ja. Okay. Ja. Sehr cool. Und jetzt, ähm, muss wir die Haareglatten benutzen. Ja. Okay. Ich, nein. Ich benutze die Haareglatten fast nie. Aber manchmal. Manchmal. Okay, ja. Oh, ein bisschen zu laut. Ja. Ja. Sie sind G-A-R-D. Okay. Dein Fringe. Oh, sehr schön. Ja. Achtung. Sie sind heiß. Oh. Ja. Sehr nett. Okay. Okay. Oh. Du bist sehr schön. Ja. Okay. Und hier. Ja. Okay. Ja. Oh, schön. Ja. Okay. Oh, schön. Ja. Ja. Okay. Oh, schön. Ja. 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 Okay. Ja. Okay. Ja. Ich denke, das sieht sehr gut aus. Okay. Moment. Okay. Okay. Ja. Ja. Was denken Sie? Ja, ich habe eher einen Spiegel. Gut. Ja. Ich finde es gut. Ja. Ja. Oh. Gut geschehen. Gut geschehen. Gut geschehen. Okay. Ja. Es war sehr nett, Sie zu treffen. Okay. Ich wünsche, äh, ich wünsche, äh, ich wünsche Sie eine schöne Party. Ähm, und ich hoffe, Sie in Zukunft zu sehen. Okay. Tschüss. 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 Täti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti. Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-T